Hey Leute, was geht? Mein Name ist der Gaming Pro und heute spielen wir mit... Secret Man! Er hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal und ja, das heißt, ihr müsst ihn abonnieren, bitte! Ja, soweit. Also gut, wieder schauen, abonnieren. Super, hast du das gemacht? Die sind auf jeden Fall noch im Juwelieren. Wir spielen jetzt wieder, äh, Presents, Polizei und Dings, keine Ahnung. Und Liebe und Helden. Erst mit... Der Juwelier wird gerade überfallen. Ich bin schon direkt hingeflogen mit meinem Heli. Ich nehme jetzt auch den Heli. Der Heli ist voll kalt. Aber da müssen wir auch gleich direkt wieder los. Ich mach, ähm... Ich muss mal ein bisschen höher. Okay. Ich komm da irgendwie nicht rein. Ey, die Bank wird überfallen. Wichtiger. Der Juwelier wurde jetzt schon geklärt. Die Bank wird überfallen. Direkt hin. Ich geh auch direkt hin. Ich pack mir den, äh, Dings, da, den Helikopter. Ja, ich hab leider keinen Helikopter mehr. Ich geh einfach hier in der, in der Garage gucken. Vielleicht ist hier ja auch ein Auto oder so. Dann fahr ich direkt damit hin. Auf ihrem Bruderbasis ist hier halt nichts drin. Woll ich verarschen? Okay. Ich komm, ich geh da jetzt hin, ey. Vielleicht find ich hier irgendwas, womit ich hier hinkomme. Ja, für vor allem sind Autos. So, ähm... Lamborghini hatte ich auch nicht vor, das zu nehmen. Lamborghini. Ich hätt auch nicht vor, das zu nehmen. Ja, also ich kann gar nicht da hinfahren, aber ich lauf einfach. Äh, ich seh, ich seh, ich seh ihn hier auf frischen Tag. Ich bin gleich da. Ja, die hat keine Waffe. Die hat keine Waffe? Okay, ich komm direkt rein. Ist die draußen? Nee, das ist... Ja, das ist die hier, richtig? Achso, die sind nach oben. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab sie. Hier läuft noch einer. Bei mir. Ich seh ihn. Ich seh dich und... Komm schon. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn am besten genommen. 1300 hab ich dafür bekommen. Ja, genau. Erstmal noch Pillen. Ähm, aber ich glaube, da ist noch ein paar. Ich hab jetzt auch ein bisschen Cash gemacht. Ist Alarm... Ja, Alarm ist immer noch an. Da unten sind welche. Wir müssen aufpassen, dass die nicht aus dem Lüftungsschacht rauskommen. Ähm, soll ich... Ähm, ich... Ähm, ich geh mit rein. Du bleibst draußen, okay? Nee, ich geh rein. Okay, du bleibst draußen. Nee, ich möchte... Ich möchte... Okay. Dann bleib ich hier. Hä? Aber zugeschlossen, dann ist es nicht mehr. Hä? Okay. Aber Alarm geht doch los. Ist egal. Das war wegen denen. Okay. Ähm, wollen wir mal einen Helikopter nehmen? Ach, du hast einen Helikopter? Geil. Dann heb ab und ich geh unter ans Seil. Ja, wo bist denn du? Äh, ich... Äh, bin... Äh, hinter der... Dingsbank bin ich. Unter der Bank. Ich komm direkt. Ja, weil das ist immer wichtig, dass wir immer was zu planen haben. Ach, du bist da oben drauf. Na? Nee, ich bin gerade drin. Ich... Äh, da... Heb schon mal ab. Seil runter. Ich muss ein bisschen hoch. E. Bro. Als 1. Was wird denn noch ausgebrochen? Guck, das hört jetzt auf. Wie ich meine Waffe halte. Gut, geht los. Äh, wohin denn? Zu, ähm... Copy, Base? Nein, nein, zum Kasimus wird gerade überfallen. Stimmt. Los, los, los. Das ist unsere Aufgabe. Du wirst natürlich alles sehen. Nicht dagegen. Ich schieße direkt von oben, wenn ich die sehe. Um die Ecke. Ähm... Ich sehe die drin. Ich spring runter. Ich spring runter. Ich pa... Parke. Ich seh sie. Ja, ist jetzt scheißegal. Hier wird keine Clown. Hey, ich hab ein festgenommen. Los, los, los. Okay, ich hab ein festgenommen. Einer ist festgenommen. Einmal lieber noch einer. Wo ist der? Ich hab auch nur noch zwei Leben. Äh, die sind bestimmt bei der Copy, Base. Okay, komm rein. Ist ins gute Stück. Äh. Komm in der Monster hier rein. Hier ist noch einer. Ich... Ich nehme ihn fest. Versuch ich. Wo schießen? Nein, ich bin tot. Nein. Ich hab ihn. Ich hab ihn gekillt. Komm. Äh. Kannst du mich mit dem Heli abholen? Äh. Hier ist noch... Hier ist einer. Ja, ja. Hier ist einer. Nee, äh. Perfekt. Wir haben ja alles gecleaned. Für Profis. Nee, bei der... Ist er noch jemand? Er hat mich totgeschlagen, Digga. Weil ich so schlecht bin. Was ist er? Ist er drin? Nee, einer bei... Äh, bei der... Hm. Wo? Bei der Bank? Ach so, weil er ist selber drin. Nee, ja. Ich hab ihn gekillt. Okay, ich geh auf Streife. Nur hier sind so viele, ich krieg den Heli nicht. Also ich hab ja alles übernommen. Ich fahr jetzt mit meinem Kumpel hier nach Hause. Ich geh jetzt. Musst du gehen? Nein, muss ich nicht. Entschuldigung, dass wir nicht mit dir spielen konnten. Das Problem war einfach, dass du nicht mitspielen konntest. Ja. Äh, ich kann dich mit dem Auto abholen. Nein, nein, ich hab ja selbst ein Auto. Dann komm ich... Ey, scheiße, da wird was überfallen. Wir müssen los. Ja, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Die Bromide wird überfallen. Wir müssen direkt dorthin. Da bin ich ganz nah dran. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. So einfach. Nur es leckt jetzt. Jetzt, ich muss mich nur korrekten. Ich erträg mich jetzt? Geht das eigentlich? Stimmt. Nee, ich glaube nicht. Ähm, bei mir sind zwei Diebe. Kannst du mich abholen? Nee, ey, hier sind zwei Diebe. Aber ich hab ein Boot. Ich hab ein Boot. Hier ist aber noch ein anderer, der hat nix. Enter Driver. Ich fahr jetzt Boot. Und ich versuch, da hinzukommen. Ich komm jetzt zur Pyramide. Hä? Er ist einfach weg? Oh mein Gott, guck mal. Ich fahr Boot. Oh, cool. Ich möchte auch ein Boot haben. Wo bist du denn? Ich bin denn bei der Polizei, äh, Dings. Bei der Polizeiwache? Ja, ich glaub, da kann ich hin. Äh, nee, aber ich hol mir ein eigenes. Wir treffen uns da. Also, ein eigenes Boot hol ich mir. Hör mal. Wo sollen wir uns treffen? Autospawn. Ich, man, ich bin gleich, ich hol mir, warte. Ähm, wird immer noch, ach so, die Bank wird immer noch ausgeraumt. Hä, die Bank? Nee, aber der Reifen ausgeraumt. Ich hab auch jetzt ein Boot. Wo bist du denn? Ähm. Was ist denn hier? Nee, ich bin da, ich, ähm. Ach so, geht's? Ich kann nicht fahren. Äh, jetzt. Ich, ich. Der Reifen. Willst du mal noch mit dem Boot? Ja, ich schreib jetzt hier einen. Ich glaub, ich kann jetzt auch nicht mehr mit dem Boot fahren. Ich glaub, es schreib jetzt einen Fehler. Ja, ähm, aber du kannst ein Boot einfach ganz leicht mit M auswählen. Bei dem Handy. Ach so, okay. Ich hab jetzt, ähm, da kannst du auswählen. Spawn. Boot. Ja, dann können wir das ja richtig einfach machen. Ja, und ich hab mir jetzt ein Auto gespawnt. Und damit fahr ich jetzt ganz schnell. Das, das müssen wir benutzen. Boah, ich hab auch gern sonst. Ey, ich kann mir ein Jet-Ski kaufen. Kostet das? 10.000. Ach man. Wir müssen, wir kaufen uns das schon. Ich hab noch 10.000. Echt? Ja. Würde ich ja mit drauf kommen. Also ich hab nur 6.000. Und weil du mehr bei den Fall warst und Leute festgenommen hast und ich hab die getötet. Enter Driver. Ähm. Ist geil, Josh Jackson. Aber man, ich verwechsel immer die Suche. Aber du kannst auch drauf. Du kannst auch mal ein Hintersitz drauf. Ich verwechsel immer die, ähm, Superhelden mit dem Dieb. Oh mein Gott, bin ich schnell. Oh mein Gott. Hä? Lol, ich fahre da. Äh, fahre. Und dabei kann ich schießen. Das Boot kann man sich dann aber auch bestellen, wenn das Jet-Ski. Das weiß ich nicht. Bestellen. Ähm. So. Ich muss, ich möchte auch ein, äh, Jet-Ski haben. Ich kann, ich brauch 10.000. Wieviel hast du? Sechstausend. Ähm. Ähm. Ich muss, ich möchte auch ein, äh, Jet-Ski haben. Ich kann, ich brauch 10.000. Wie viel hast du? Leute. Ich kann mir vielleicht ein Motorrad kaufen. Nee, ein Motorrad will ich aber nicht kaufen. Das ist nicht so cool. Wunderschön. Ich muss, ich geh jetzt oben zur Straße. Oder was ist das? Für 250 Euro. Na, für... Gut, ich hole mir jetzt einfach ein Auto. Also ich bestell mir jetzt eins. Das ist voll praktisch. Das ist voll praktisch. So ein bisschen wegen GTA. Leider kann ich mir kein... A boat? A camera roll. Die Bank wird ausgeraubt. Echt die Bank? Nee, diesen Reifen. Das ist doch eigentlich die Bank. Ja, aber trotzdem kann ich da, äh, ein paar Kills abschauen. Ich fahre jetzt hin. Wer hat hier falsch geparkt, ey? Das wäre so ein Schraubzell. So ein Bank würde so ein Fall. Wer hat hier falsch geparkt? Jo, 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 jo. Jo, ich werde auseinandergenommen. Ich werde jetzt, ähm, ich werde jetzt mal Räuber. Ich will jetzt Räuber sein. Komm, soll ich auch mal? Ja, Leute, wir sind jetzt Räuber. Ich bin jetzt in einer Zelle. Teams. Du wirst, du wirst, du wirst passen. Ähm, OP-Meister, Mann, ich kann dich nicht offenen. Das geht ja nach ne Zeit. Hallo. Ja, komm. Komm, wohin gehen? Äh, solltet ihr direkt ausbrechen und dann zur Polit... Komm zu mir. Komm mir nach. Ich glaube, ich weiß wo. Wir müssen erst mal raus. Ja, wir müssen zur Diebasis. Sollen wir das mit dem Sprengen machen? Da kommt doch irgendwo was Sprengen, ne? Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 ja, 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 ja. Wir brechen deine Haus. Komm jetzt, komm jetzt hier. Äh, mach, drück C. C? Äh, nein, Tom, nicht, äh, nicht dahin laufen. Äh, steh wieder auf, steh wieder auf. Das ist die Polizei. Ach, ich weiß wo. Man kann die Karte von denen klauen, wenn wir nah dran genug sind. Komm jetzt, bitte. C, dick. E, dick. Ist Bonn? Scheiße, wir brauchen einen Spaten dafür. Hä? Ähm, komm, folgt mir einfach. Wir machen das, was ich, auf meine Art. Ich folg dir schon. Ach so, Sprengen. Wir sprengen jetzt einfach, Leute. Dann hau, dann müssen wir mit dem Auto... Nein, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaub, das war hier irgendwo in der Ecke. Nee, da war's nicht. Lauf mal an der Wand vorbei, dann siehst du das vielleicht. Hier ist doch ein X, hier ist doch ein X. Ja, da kann man sprengen. Du liegst hier, ne? Ja. Man kann ja so, wie das denn kriegen. Wir brauchen einen Polizist und dann klauen wir einfach von der die Karte. Ach, man kann ihn schlagen, okay. Nee, ähm... Wo bist du? Mann, hier auch nichts. Wir brauchen einen Polizist und dann klauen wir ihn ihre Karte. Ach, okay, dann muss man ihn verfolgen und dann E drücken wahrscheinlich. Bestimmt gibt's doch irgendeinen anderen Weg. Hier können wir nicht lang... Hier können wir aber rein. Das ist der... Das ist der... Irgendwie gespr... Ähm... Terminraum. Wir können hier erst mal... Ey, ich kenn doch hier einen Weg. Hier gab's doch auch noch einen Weg. Wo man hier doch irgendwo hochspringen musste. Hab ich auf YouTube gesehen. Da gab's doch irgendwas. Ja, alles was. E. Warte. Ich glaub, wir haben irgendwas bekommen. Hier kommt Metall. Can you do this used to craft? Was hast du? Ich habe... Metall, ne? Metall. Vielleicht könnt ihr da irgendwie ne Schippe rausmachen, warte. Ja, ja, wann wir irgendwas finden. Ähm, warte. Ich hab hier was gefunden. Karton. Karton. Und was ist das denn? Hö, ja. Ich glaub... Äh, was haben wir bekommen? Place a rope. Guck mal, man kann hier sogar rausklappen. Seine. Wir haben Seine bekommen. Ja, komm mal zu mir. Wo bist du? Ich hab hier was gefunden, was richtig geil ist. Ähm. Hier, komm mal. Hier steht. Drei. Lukas. Lukas. Hier bin ich. Ach so. Warte. Warte. Ich spüre dich hier auch rum. Hinter nach... Nee, ich hab jetzt was. Und wir ausbrechen können. Hier folgt uns. Und hier place a rope. Was? Geh da drauf. Hä, ich hab da jetzt so ein Seilplatz hier. Ja, und jetzt kann man da wahrscheinlich rausklettern. Ja, komm. Ab in die Freiheit. Achtung, balancieren. Da ist ein Jet Ski. Nee, ich kann nicht mehr. Es hat so... Ich konnte da nicht hoch. Wo hast du das gefunden? Ach, das war so in einem Karton. Hä, nein, ich wurde festgenommen. Ja, in diesen Dings. Ach du, ich wurde festgenommen. You fought a ground tower. Schön. Komm, warte bitte auf mich. Ich wurde festgenommen. Hä, nein, ich hab hier ein Schwein oder so gefunden. Was ist das? Hä? Nein, ich wurde doch nicht festgenommen. Hä, die hat... Ich versuche festzunehmen. Aber hast du es geschafft? Ja, ich glaube, die hat einfach... Also hier ist ein Jet... Hier ist ein... Hier ist ein... Hier ist ein... Hier ist ein Auto. Das nehmen wir. Also ich muss nicht hier raus. Ähm... Du musst bei der gleichen Stelle. Nein, ich hab aber keine Rope. A stone. Seil? Du brauchst ein Seil nicht. Nein, ich hab das Seil aber nicht gefunden. Stattdessen hab ich dieses hier gefunden. Das zweite. Äh, geh mal zurück zu der, ähm... Nein, nein, ich suche jetzt hier weiter. Guck, da vorne ist ja noch ein Mülleimer. Hier ist eine Chest. Ähm, das ist... Da ist bestimmt ein Strengstoff irgendwie drin. Bestimmt. Leute, hier sieht das... Oh, ja. Du hast ein Schwert. Krass. Nur, nur... Du brauchst... Ähm... Irgendwie das Seil. Nein, ich kann bestimmt einen töten damit. Oder ihn ausrauben. Ich robbe ihn einfach aus. Wenn ich einen sehe. Oh mein Gott, das steht hier einfach so rum. Ja, mach Karte. Okay, perfekt. Jetzt kannst du einfach rausgehen. Aber... Okay. Nein, nein, hier ist die Polizei. Hier ist die Polizei bei mir. Hallo. Du darfst nicht erwischt werden, wenn ich erwischt werde. Auf mich wird geschossen. Interessiert mich nicht. Ich bin raus, Brody. Ich bin draußen, ich bin draußen. Ich fühle mich wieder. Ich bin... Ähm... Bei der Straße. Ich warte da. Wo warst du? Bei dieser Brücke. Bei dieser Brücke? Ja, du bist gerade bei der richtigen. Halt ab! Da drüben bist du. Glaube ich. Da. Ich sehe dich. Ich bin hier und warte. Ich wurde verfolgt. Ich habe auch... Weißt du was? Ich habe eine Keycard. Ich weiß jetzt... Damit können wir auch ein Tor aufmachen. Das heißt, nur einer von uns braucht eine Karte. Weil wir können einfach die Tore aufmachen. Dann können alle raus. Ähm... Warte gleich... Warte. Ich fahre mit dir. Halt. Ach du Schwer. Okay, das war es dann auch wieder mit dem Fahren. Ich glaube, das war es damit. Komm, wir gehen einfach zur Polizei. Zu unserer Basis. Nee, das ist weit. Ich weiß, wo die ist. Komm in mind. Nee, weil geht es doch auch ein Auto. Vielleicht können wir das ja klauen. Nee, komm in mind. Wenn, das kann ich schneller spawnen. Komm. Obwohl ich spawnen, meins einfach auch. Wir fahren zu zweit. Weil wenn einer abgeschossen wird, stört der andere nicht. Wir treffen uns da. Wo? Bei der Polizeibasis. Also bei unserer Basis. Ja. Da können wir... Also ich sage immer das Falsche. Da können wir uns Waffen holen. Ähm, also wir müssen zur, ähm, zur Pistole, ne? Nee, nicht dahin. Wohin? Zur Pistole? Nein, nicht dahin. Es gibt eine eigene Base. Weißt du nicht, wo die ist? Nein, warum sollst du wissen, wo eine Base ist? Dann komm. Ja, ich habe dir gesagt, du sollst bei mir rein. Ich bin jetzt... Ähm, wir treffen uns mal, ähm... Wo? Ähm, warte, ich fahr mal zurück. Bin ich mit der Scheuer-Juwel? Das ist bei der Juwel, da ist das. Bei Juwel? Äh, bei, nee, bei Poker. Da, da ist das in der Nähe, bei Poker. Okay. Da stehe ich. Irgendwo, bei Poker. Weil, ähm... Weil dann können wir uns eigentlich die eigene Waffen holen. Ja, wir hätten aber auch mit meiner Keycard einfach, ähm, da, ähm, uns Waffen holen können. Ja. Aber sonst wäre ich gestorben, weil ich zu lange da drin war. Also hätte das auch nicht funktioniert. Zum Poker. Nein, ich wurde getroffen. Ich wurde entdeckt. Da musst du weg. Ich muss zu der, äh, Dings da, da können keine Superhelden oder sowas rein. Ja, geh da rein einfach. Ich werde schon selbst... Äh, jetzt weiß ich selbst nicht, wo das ist. Ich, ja, ich glaube, ich weiß wieder, wo es ist. Ich bin wieder, ich bin wieder im Rennen. Da, da in der Nähe ist auch so ein Riesenrad. Mit Smiley drauf. Riesenrad? Ja. Hier ist, hier ist so ein, äh, von Star Wars, so ein Flugzeug. Aber das kostet bestimmt Geld. Ich fahre jetzt erstmal zum Poker. Nee, da, äh, also... Da muss ich mal kurz suchen. Das denn, nee, das ist eben bei der Straße. Oh nein, da ist ein Dings da und wenn er... Da ist ein Superhelden und ich will gerade rein. Nur ich kann nicht aussteigen. Nein, 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 ich bin tot. Okay, ich fahre zurück zur Polizeiwache. Ich habe die Keycard. Dann hol ich dich schnell wieder raus. Hol dich raus aus dem Knast. Kannst du glauben. Oder schaffst du es selbst? Ich schaffe es. Ich hoffe es. Ich brauche ein Seil. Aber trotzdem, komm. Ja, äh, versuch's. Ich hoffe nur, dass da keiner drin ist, da, wo ich helfen muss. Ich habe jetzt... Was habe ich? Ich habe jetzt eine Spritze. Look, pink. Oh yes. Ich hole mir die Keycard. Hast du pink? Ich habe die Keycard. Aber ich wurde festgenommen. Ja, komm. Hab kein Problem. Ich habe... Mann. Kein Problem, ich hole dich da raus. Ich hole dich da schon raus. Ich habe ein Messer. Ah, Mann. Ich habe die Keycard. Ich hole dich da schon raus, Bro. Warte, keine Sorge. Oh dear, ich schnappe mir die nochmal. Also, ich versuche es. So. Ähm. Ich steige jetzt aus. Ich stelle mir ein Boot. Ähm. Oder ein Jet-Ski alles. Jet-Ski. Ich habe die Keycard. Ich gehe jetzt. Jet-Ski. Also, ich gehe jetzt. Soll ich dich mit meinem Jet-Ski abholen? Ich brauche erstmal ein bisschen Food. Ach, du isst gerade. Okay. Äh. Nein, ich habe die Keycard ausgerustet. Ich habe nur Essen. Ich glaube, damit führt man dem Leben nach. Aber jetzt, hier sind überall Superhelden. Das heißt, man kann nicht abhauen. Nein. 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 Da kannst du abhauen. Nein. Nein. Nur weil da Superhelden sind, ja? Die können jetzt nichts. Äh. Nein. Nein. Was ist denn mit diesem Jet-Ski los? Nein. Nein. Was hat das gesoffen? Nein. Ich glaube, ich kann jetzt mit der Keycard raus. Nein. Okay, ich komme jetzt. Dann kann ich dich abholen. Nein. Nein. Komm schon, bitte. Diese Scheiß-Steuerung. Ähm. Ich... Ich fahre gerade am Vulkan entlang. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Ich hole mir erstmal ein Auto. Nein. Ich habe es nicht. Oder doch? Ja. Kommt der nicht zu mir. Der steigt nicht ein. Der steigt nicht mal ein Ben ein. Ich bin... Ich habe es geschafft. Komm schon. Kann wir uns jetzt... Steig aus. Steig aus. Nein. Ich kann jetzt nicht mehr aufsteigen. Hä? Wo bist du denn? Ich warte hier auf dich. Bei der Brücke. Ich bin gerade bei der Brücke und fahre. Hä? Dann brauchst du wahrscheinlich noch ein bisschen. Da bist du, glaube ich. Ach das? Ich... Der Bekloppte da. Wollte den anderen reingefahren. Guck. Steig aus. Wir gehen in mein Jetski. Dann komm ich schnell in die Stadt. Nein. Ähm. Wir... Aber... Ähm. Lass mich mal zu der Polizeibasis fahren. Mit dem Jetski. Aber ich... Die Polizeibasis? Nein. Zu der... Die Basis. Die Basis. Ja. Fahr du. Ich glaube es müsste gehen. Hä? Okay. Nee. Tausend Dollar. Warte. Wir fahren einfach mit dem Boot. Ach ja. Das können wir machen. Wir fahren mit dem Boot. Ähm. Nimm mal ein Messer in die Hand. Ich muss jetzt ähm... Ich muss jetzt ähm... Persegg du fährst. Ihr setzt mich vorne rein. Und seht cool aus. Und guck... Nein. Nein. Guck mal. Fahr. Ich kann nicht fahren. Ich. Komm. Komm. Wir sind jetzt unter der Brücke. Echt? Okay. Ja, weil es auf der anderen Seite ist und da ist eine Polizei. Ja, aber die bemerken uns nicht. Die haben auch gar kein Boot. Das müssen sie erst bohren. Bis dahin sind wir schon über alle Berge. Wir haben jetzt kein Auto. Das heißt, wir könnten eigentlich... Ähm... Wir laufen einfach. Wollt wir den Leuchttür rüberfallen? Ja, wir haben keine Leuchttür. Ich glaube, da ist nichts. Warum denn nicht? Wenn der was ist, dann wird jetzt... Guck, da... Siehst du vielleicht schon ein bisschen das Riesenrad? Ne, ich sehe es jetzt auch nicht mehr. Ist ja noch kein Riesenrad. Das kommt aber gleich. Hier ist der Strand. Wir sind schon in der Nähe... Ja. Da ist es. Und hier kann man auch ganz gut ausrauben bei den Schiffen. Macht man das Schiff auch ausrauben? Ja, komm. Wir rauben auch mal das Schiff aus. Das ist noch da. Das... Wir müssen uns beeilen. Und daneben ist die... Äh... Dings... Da ist hier das Riesenrad. Guck, siehst du das? Ja, und da ist dann die... Keine Riesenradfahrt! Ne, wir haben kein Geld und dafür auch gar keine Firmen. Manno. Also wir... Das sollen wir jetzt ausrauben? Ja. Wir müssen schnell hin. Fällt das los irgendwann? Ja. Und da soll das raus, oder? Ne. Oh nein, es regnet. Ist mir doch egal. Hauptsache wir rauben den Schiff aus. Das ist hier irgendwo... Das ist irgendwo... Ich glaube, hier muss man echt Shampoo anmachen, wenn ich verkacke. Ey, hier bei mir ist was. Geld. Laserstrahlen. Wir müssen... Oh nein, das fährt los! Ja und? Ja, das... Wir werden dann abgeschmissen. Echt? Ja. Bist du nicht? Ich nicht. Guck. Nein! Au, Quatsch. Okay, ich wurde auch abgeschmissen. Wir verfolgen das Schiff. Ne, wir gehen jetzt zu der Copybasis und dann erwarten wir. Also guck, das war... Wir werden jetzt verfolgt. Das weiße Haus. Das weiße Haus. Okay. Ich glaube, im Boot ist das am besten zu erreichen. Wenn du mein... Na, ähm... Ja, ich ruhe mir jetzt auch im Boot. Ja, aber da ist doch schon direkt. Da können wir das direkt rein. Ich glaube, wo können wir denn jetzt im Boot? Guck mal, unnötig. Ja, okay. Da... Ein paar Meter können wir auch schwimmen. Können wir eigentlich schwimmen? Wer weiß? Irgendwie nicht. Ich glaube nicht. Nö, kommt... Ach, ist das so ein Aufzug, oder wie? Weiß ich doch nicht. Bestimmt. Ansonsten würde man daher nicht hochkommen. Nein! Nein! Wir schaffen das Einzige. Oh, ist das ein Railpool? Nee. Hä? Lass. Komm jetzt hier hoch. Einmal hoch, bitte. Ich glaube, da kann man nicht hoch. Klappt. Okay. Schön zu bestragen. Ey, die könnten wir super drunter wohnen. Alles klar. Toilette? Oh nein, die Flut kommt! Was? Die Flut kommt? Rennen! Das Haus wird eh nur für zwei Stunden halten, weil dann die Flut kommt. Oh, wir bauen uns ein Haus aus Sand. Ja! Ey, hier ist auch noch ein Mitglied. Hier? Äh... Hier rein. Boah, die ist echt krank. Also, ich habe mich nur daran erinnert, dass das irgendwie anders war. Oder anders. Aber es ist ja halt das Update. Zeig der Tüster. Jetzt raufen wir den Stopp. Ohne Roblox komme ich gar nicht mehr klar. Ach so! Man kann sich hiermit runterfahren lassen. Glaub ich. Und dann das Boot nehmen. Ja, und dann das Boot nehmen jetzt. Macht doch alles Sinn. Ja, ey, jetzt... Guck mal, hier sind Waffen. Wo? Ich ziehe mich jetzt erstmal normal an. Oh yeah. Oh nein, ich habe mir sowas gekauft. So eine Scheiße. Hast du Geld? Ja, ich habe mir das aus Versehen gekauft. Oh yeah, eine MP. Ich hole mir eine AK. Die ist ganz gut. Oh, eine Granate. Ja, ich habe auch eine AK. Äh, aber an der AK ist mir besser als eine Sniper. Ja, ja. Ey, hier ist auf der Rückseite auch noch was. Ja? Hier ist auch noch eine Sniper. Aber komm, brauchen wir nicht. Jetzt wird überfallen. Ja, wir tun das so und wir sind ganz normal bereit. Ey, armortreich. Ja, dann lass mit dein Jetski fahr. Fahr du zu der Poker schnell. Zum Poker? Ja, komm hier runter. Ja. Jawohl. Ich bin hier schon unten. Irgendwie. Gut. Wir müssen hier rein. Dann muss ich auf M drücken. Spawn Jetski. Komm schon, ich gehe hinten. Ich darf keine noch hinten. 10.000 Grad. E-Driver. So, kannst du? Ja. Perfekt. Auf zum Poker. Pass auf, das Ding ist wirklich schnell. Richtig schnell. Darf schießen? Wenn du meinst. Was macht das denn, dass es ein bisschen unkontrolliert? Ich fahr jetzt zum Poker. Ich hab noch ein cooles anderes Spiel. Wir können es hier fahren. Okay. Gut, an keinen Hand. Ich glaub, ich wär daraus geschmissen, weil... Äh, ich bin noch nicht. Hey, spring raus. Jo. Also, sollen wir uns bereit machen zum Angriff? Ey, das wird ja schon überfallen. Scheiße, schnell. Schnell rein da. Jetzt wird geballert. Was? Wir brauchen Geld. Auch wenn wir erwischt werden, wenn wir das Geld haben, haben wir es. Ja eben. Wenn wir das Geld haben, haben wir es. Komm schon, wir schaffen das. Ich bin die Empfie. Ach du Scheiße. Jump run oder nicht? Jump and run. Jump and run Skids. Wenn man hier runter fällt, dann ist man... Nein, man ist nicht tot. Man kann weiter mitlaufen. Dann muss... Das ist ja... Das ist ja... Das ist viel einfacher. Hä? Ich hab ihn nicht berührt. Mann, das ist so scheiße. Ich hab ihn nicht berührt und bin gestorben. Aber ich... Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Naja, aber ich spawne eh in der Abfahrt. Ich hol mir Geld. Ich hol mir Geld. Ich hol mir so viel Geld. Wie es möglich. Ich hol mir so viel Geld. Dass ich mir ein Jet Ski kaufen kann. Dann... Kommen wir was falsch. Ich komm an der Acht. Weil ich bin hier bis dort. Äh... An der Basis. Von uns. Royal... Ich lauf jetzt. Ich komm gleich rein. Ich kann nicht mehr als 4000. Ich muss jetzt abbauen. Dann nehm ich noch was mit. Wenn hier keine Bullen auftauchen. Aber ich glaub, die kommen schnell. Obwohl... Ich hebe sie hoch. Ich hebe sie hoch. Ich hebe sie hoch. Ich bin mit der Bank, glaub ich, beschäftigt. Und ich höre Schüsse. Das Schiff ist da. Das Schiff ist da. Hä? Ich hab's gar nicht berührt. Okay. Ich bin hier. Okay. Ich geh zum Schiff. Ich hab jetzt 4000. Das wird hier mir noch angezeigt. Aber... Los. Auf... Auf... Scheiße. Ähm... Hier sind... ... drin. Ja, was willst du... Achso, da hingehst du? Achso, das ist ja da. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Also, ähm... Wir müssen uns richtig hart beeilen. Ja, wir müssen uns so beeilen. Aber ich... Äh... Hier steht immer noch das... Ähm... Das... Ich hab irgendwie das Geld noch nicht bekommen. Ich hab immer noch 3000. Wahrscheinlich musst du erst in die Basis. Um das Geld abzubringen. Wegzubringen. Du musst erst in die Basis. Ist mir egal. Ich... Nehm Raubzug. Wo ist denn das ganze Geld? Oh Gott. Wo können wir denn hier was stehlen? Hä? Ich wurde zurückgebackt. Aber echt jetzt... Okay. Ich hab hier was. Ich öffne gerade den Zensor, glaub ich. Oh. Oh. Mein. Gott. 300. 400. 500. 600. 700. Mach weiter, Baby. Ey, hier ist doch eine. Die macht aber auch mit. Hä? Ich hab immer noch nicht mein Geld bekommen. Komm, wir gehen. 2000 reichen mir. Ich brauch meine 4000. Ich geh jetzt zurück direkt. Und hol mir mein Geld. Guck, da ist so ein Zeichen, so ein rotes, zum Abbringen. Siehst du das? In der Basis ist das. Da muss man hin. Mann. Dann hat man das Geld. Ja. Ich hätte... Ich hätte jetzt... Ich weiß nicht mal... Wie wär's mit dem Banküberfall? Ja, wir müssen nicht gleich wieder einen Banküberfall machen. Ja. Was heißt jetzt echt wieder? Wir haben's doch für dich einen Fall gemacht. Oh nein, die Kopf, die Kopf, die Kopf. Guck, du musst hier drauf, auf die Fläche. Guck mal bei mir. Ja. Ja. Ich muss jetzt schnell hin. Und dann überfallen wir direkt die Bank. Nee, noch nicht gereicht. Nee, noch nicht gereicht. Noch nicht gereicht. Ich muss jetzt erstmal... Hä? Okay. Okay, komm, direkt zur Bank. Ich hab 10.000. Ich hab so viel für ein Jet-Ski. Warte, warte, warte. Erstmal überfallen wir eine Bank. Ich kann... Erstmal überfallen wir eine Bank. Wie ist mir versprochen das, Papi? Wir wollen jetzt eine Bank überfallen. Ähm... Nee, wir... Poker. Wir nehmen Poker. Komm jetzt, Poker. Ja, warte. Poker? Okay. Nee, das ist eine Leo. Oh nein, Flash ist bei mir. Flash! Aber der bemerkt uns nicht. Echt jetzt? Der ist einfach an uns vorbeigesprungen. Ja, warte, das kann sich nur überfallen. Aber wie macht man das? Ich bin hier gar... Ich kann... Wo kann man hier rein? Kommt man nicht an der Seite rein? Kommt man nicht hier rein? Ich weiß nicht. Nee, hier kommt man nicht rein. Irgendwie muss man hier reinkommen. Vielleicht doch. Vielleicht mit roher Gewalt. Ähm... Wir müssen irgendwie das öffnen. Vielleicht kommt einer von oben rein. Wenn man das Ding hier hochgeht, da oben ist nämlich ein Helikopter. Auf den Dings hier. Ja, vielleicht kommt man von hier oben drauf. Wir brauchen... Wir brauchen echt wieder Geld. Also... Ich hab nur 2.500. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, ich hab nur 10.000. Irgendwas. 10.000... Nee, 12.000 sag ich dir. Ja, hier kann man hoch. Aber ich weiß gar nicht rein können. Mann, ey... Es wird hier nichts überfallen. Komm, wir überfallen einfach das selbst. Komm, wir nehmen unser Auto und gucken mal, wo wir überfallen können. Nee, also das können wir ja überfallen. Wahrscheinlich brauchen wir eben den Schlüssel oder so. Vielleicht geh mal hinten rum gucken. Vielleicht ist hinten was. Vielleicht ist das gar nicht geöffnet. Genau. Vielleicht ist das gar nicht geöffnet. Erstmal warten. Vielleicht kann man da irgendwie durchkrabbeln. Wundergewalt! Wundergewalt bringt nichts. Heißt selbst schon aus. Ja, Leute. Das war's dann wieder mit uns, dass wir nicht eine Warte machen können. Das ist richtig schade irgendwie. Komm, ich hole uns ein Auto. Wir überfallen jetzt selbst was. Wir nehmen mal die Bank. Ja, wir überfallen mal ganz schnell die Bank eben. Eben rein und dann wieder raus. Okay, komm. Wir trafen uns da. Ich hab mir ein eigenes Auto verholt. Auch zur Bank. Mal eben eine Bank überfallen. Moin, da bist du. Äh. Oh. Äh. Ich hab falsch gespawnt. Ich hab mal kurz gerade eine Palme umgeschmissen. Ja, ist ja normal. Ich hab gerade eine Alternative umgeschmissen. Ich bin auch schon gleich da. Ja. Also ich nicht. Warte, bitte auf mich. Ohne mich ist keine Umgang. Guck mal. Ey, hier sind schon Kumpels von uns. Versuchen die das schon? Ja. Hier stehen schon fünf oder sechs Autos. Hier stehen schon ein paar Autos. Die sind alle bereit. Äh, ich komm... Ja, fünf Autos. Ja. Das können wir aber auch nicht öffnen. Wie kommen wir hier rein? Ein bisschen Seiteneingang oder so? Ey, ich hab hier glaube ich was gefunden. Von der Seite. Aber ich weiß nicht, ob andere reinkommen. Nee, kann man auch nicht rein. Warum hat die nicht geöffnet? Warum kommt man hier nicht rein? Die muss irgendwie geöffnet haben. Ja, bestimmt, weil dann normalerweise sind die aufs Glas die Dinger. Okay, ich wollt auch nicht öffnen, wenn Leute mit einer Waffe vor meiner Tür stehen. Und aufziehen. Das bringt auch nichts. Komm, dann müssen wir was leichteres überfallen. Äh, wir können das, ähm, dieses Juwelen-Dings überfallen. Das geht. Das geht. Ey, Airdrop. Vielleicht kriegt man da Sachen raus. Airdrop? Und mit denen kann man dann wahrscheinlich vielleicht einbrechen irgendwo. Der Win's denn schon weg? Ja, der ist schon lange gegangen. Wann denn? Wann, eine halbe Stunde. Wollen wir auch sechs zuhause sein oder was? Der ist gegangen einfach. Oder war der mir zu langweilig hier bei euch? Der war ein bisschen zu langweilig. Ja. Ihr habt jetzt auch gleich mal genug, ne? Ich könnt ja noch einen Moment nach draußen. Dann musst du denn zuhause sein. Weiß ich nicht. Okay. Und, was ist da drin? Was ist da drin? Na, was? Was ist das denn? Sind wir auf einer Klau-Party? Ey, Laser-Strahlen. Cool. Komm, jetzt überfallen wir eben das. Ich hab die auch. Aber das Juwelen geht, ähm... Hä? Irgendwo wird hier doch eingebrochen. Bei der Bank steht eingebrochen. Bei der Bank? Okay. Da können wir einfach mit einbrechen. Mit unseren Laserpistolen. Drei. Auf drei hab ich das. Ich brauch aber noch ein bisschen. Ich muss wieder zurücklaufen. Hoffentlich ist das ganze Geld da noch hinten schon gehofft da. So, ich... Bank! Ich hoffe, dass jetzt nicht so schnell Polizisten kommen. Aber ich glaub, die Polizisten sind voll lame. Aber nicht! Oder... Warum ist das auf einmal so schnell dunkel geworden? Nein! Oh, ich... einen Treffer! Nimm die AK in die Hand. Ich geh rein, ich geh rein. Mann, ey. Immer wenn man aufmacht, nur die Bank überfallen. Was soll sich die Kassierer denn denken? Immer wenn ich aufmacht, nur die Bank überfallen. Ich hab's... Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich bin bei der Bank! Ich glaub, ich schaff das nicht, wenn es so schlecht wird. Ich glaub, ich hab nur 2000, oder? OP-Master, ja! Ja! Komm schon, wir schaffen es! Ja! Moin! Komm, gib mir Geld! Ich hab 3000! Ich hab 3000! Ich ziel auf den Eingang und guck, ob da jemand kommt. Nein! Ich, ähm... Ich muss es jetzt aufmachen! Ich muss jetzt fliehen! Ich hab 3000! Ich hab 3000 auch! Ich krieg's nicht hoch! Ich mach! Hä? Nein! Neuverbindung! Das WLAN! Denn auf einen Raum zu geht das WLAN! Ich bin weg! Ich bin weg! Oh, oh, oh! Ja! Und das Bord bei mir! Ich werd bestimmt nicht festgenommen, Digga! Vielleicht auch nix! Scheiße, ist da oben gefuldet! Ich glaub, du wolltest doch sterben! Ja! Ich glaub, das Video macht nicht! Vielen Dank.